Urdhva Namaskar Muktasana, die obere Grußhaltung in der Stellung des Befreiten. Gib die Beine voreinander, das ist Muktasana. Gib die Handflächen vor dem Brustkorb zusammen, das ist Namaskar. Und dann gib die Hände nach oben und so bist du in Urdhva Namaskar Muktasana, die obere Grußstellung in Muktasana. Diese Stellung wird manchmal auch als Parvatasana in Muktasana bezeichnet. Berghaltung in der Befreiungsstellung.